So, ich hab's natürlich, äh, nicht mitgedacht. Ach, so, ja, egal, ähm... Es wurde übrigens erwünscht, dass wir mal ne Höhlentour machen. Das einzige Problem dabei dürfte sein, dass wir noch keine Rüstung haben. Und ich will auch nicht unbedingt auf Peaceful in eine Höhlentour. Das wär ja auch langweilig. Ach, Gnave, ey. Jetzt kommt mir einfach ein Setzding und wir sind quitt. Also, ich muss auch natürlich... Ah! Ah! So, wo kommt der? Ist ja egal. So. Hm. Da hinten ist noch ne Birke. Wir brauchen viel Birkenholz. Boah, ey. Boah, ich such mir immer die besten Bäume aus, die so voll ineinander gewachsen sind. Mach ich immer. Also, auch privat, ne, so in der Let's Show wird und so. Mach ich da immer so. Und es wird Nacht. So, Moment. Ich lasse gleich auch mal ne Birke rein. Mach mir in so nen Birkenwald. Was ja nun nicht unbedingt negativ zu sehen sein muss. Sehen zu sein? Zu sehen sein? Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Weil ich einfach nur Schrott laber, wie immer. Mach ich ja immer. Ist ja mein Hobby. Einfach mal ein bisschen Scheiße labern. Das mach ich so jeden Tag eigentlich, ne? Ja. So. Ach, wir müssen unbedingt hier mal ein Getreidefeld machen eigentlich. Da liegt noch Holz drin. So. Äpfel. Ach, wir haben ja viele Äpfel. So, einen lassen wir mal hier, damit wir uns merken können, da gehören wir dafür rein. Ach ne, weißt du was? Mach mal anders. Da legen wir ja das verrottete Fleisch rein. Ich hab da meine ganz persönliche Ordnung. Ich hab da immer schon so meine Standards mittlerweile. So. 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 Und. Hm. 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 Ja, ist das interessant hier, was wir machen, ne? Also das, ähm... Holz. Ist übrigens gar kein Gesprächsthema. Okay. Ah. Äh. 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 Ja, genau. So, wieder einmal merke ich, dass ich meinen neuen Kopfhörer bräuchte, vielleicht, weil hier immer auf einem Ohr eine Störung ist, glaube ich. Klingt auf jeden Fall so. So, wieder Ordnung halber, machen wir natürlich den ganzen Boden. Man muss ja auch vertretbar aussehen, kein Baupuschir und ein schwebendes Bett, ist wahrscheinlich an der Wand gefestigt. Ähm, hm, glaube ich aber eher nicht. So, habe ich alles gebaut? Hier habe ich alles raus. Boah, hat ja genau gereicht. Nun, super. Äh, ja, fast. Ach, da haben wir auch schon die nächste Birke zum Fällen. Und die Axt ist gleich Schrott, wollte ich sagen. Ja, und das ist die in der Tat. Also fällen wir den Rest doch mit der Hand. Wie in guten alten Zeiten. Also in Folge 1. Zumal wir jetzt in Folge 11 sein müssten. So, also hier wird noch ein Birkenwald entstehen. So, ich hoffe, das reicht. Ähm, hm, 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 hm. So, gefällt mir irgendwie so mit dem anderen Holz. Das ist nämlich auch die Sache, weswegen ich meine Krafttexturen gerade nicht verwende. Da ist ja das neue Holz noch nicht drin. 1 zu 1 und so, oh ne, hm. Deswegen, so. Das Tolle ist ja, dass wir das Birkenholz hier auch so verwenden können und dann trotzdem das normale Holz rauskriegen. Da würde ich vorschlagen, dass daran nochmal was gemacht wird. Ja, genau. Gemischtes Holz. Ähm. So. Boah, ey. Voll die Baustelle hier einfach. Hat einfach so voll das Baustellen-Design hier. Ja, hier unten steht sogar noch ein Crafting-Tabler. Ich wusste doch, dass wir den nochmal brauchen würden. So. Interessant. Also ich mache hier wieder Treppen. So. So, so, so. So, 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 so. 32. Egal. Gehen wir am besten mal von außen vor. So. Wie sieht es hier aus? Haben wir hier schon... Ne. Ist natürlich noch gar nichts fertig. Ist überhaupt, 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 überhaupt nichts fertig. Ja, genau. also hoffentlich nicht Karte ist so unbedingt abgewöhnt immer im Gegenteil zu reden die so ist es wahrscheinlich wieder wieder hier ich habe es einfach nicht aber ich glaube das ist auch nichts was man brauchen soll Minecraft muss man nicht verstehen das ist spiel so wie ich es auf der anderen Seite ach so da habe ich aber da habe ich es so gemacht das wird mit den Steinstufen wunderbar abgeschätzt passen genau ist auch so super ja genau ok ich wusste jetzt nicht mehr genau weil die letzte Aufnahme schon ein bisschen her ist also ein paar Tage ich wusste jetzt nicht genau wie viel ich da brauche ob ich das richtig mache wobei es ja eigentlich logisch ist ja kaum haben die Ferien angefangen schon nicht wieder zu blöd zum scheißen wie oft haben wir jetzt in elf Folgen zu blöd zum scheißen gesagt zack 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 Hilfe ich schwöre ne immer wenn ich an ich schwöre ey ich schwöre ohne scheiß ähm ja immer wenn ich an irgendwie so einem an der Schlucht bin ne wenn ich gerade Schwein jage und dann ist direkt vor mir im Boden so ne Schlucht da bleib ich immer rechtzeitig stehen ne aber wenn ich vom Dach falle ne da äh nicht so noch ein paar ah ich wollte gerade sagen äh wo ist denn das ganze Holz hin wir hatten doch noch was so ich glaube das sollte reichen wenn nicht machen wir noch mehr da wir brauchen ja sowieso noch mehr für innen so 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 aaaah verdammt ich sollte da vielleicht so nen Zaun ans Dach machen hier schon wieder Legend of Zelda 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 hab ich übrigens nie selbst gespielt ähm also weder die Hintergrundmusik noch das Spiel äh äh ja ist einfach so so und jetzt nochmal etwas geschickter schleichen nicht auf den Schleichwegen aufs Dach ich weiß nicht ob man dieses seltsame Geräusch gerade gehört hat das war ich so ach passt der genau ähm ja wunderbare Falldachkonstruktion hab ich so genannt wenn man da mal runterfällt da so jetzt mal gucken gerade lass ich das so oder hier mache ich das solche noch äh hier wegen ne ich glaub außen lass ich das so in muss ich mal gucken aber was ich jetzt erstmal machen werde ich werde mal gerade gucken ach 24 ähm äh ne ich werd gar nichts tun ich werd erstmal hier doch ich werd ein paar Zäune craften ich glaub das kann ich noch machen so 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 denn Zäune werden wir brauchen viele Zäune so zack und so zack und ja sehr viele übrigens ne ey das Mikrofon ist hier voll scheiße ausgerichtet einfach ich muss das hier immer mal wieder umstellen ich hab keine Ahnung wie das warum hab ich vier Leitern ist ja auch egal die mussten sowieso nochmal anders anbringen wir kommen jetzt erstmal hier rein die Leitern einfach weil ich keinen anderen Platz hab und dann bauen wir uns mal ein kleines Feld also wir fangen dann damit an ein kleines Feld zu bauen so machen wir das dann machen wir das dann am besten ich würde vorschlagen ähm hier hier so dran einfach machen wir uns ein Feld so so da kommt noch ein Soundtor rein würde ich sagen so muss ich mal gucken wie groß ich das Feld mache mal sehen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 und zack passt das so 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 passt so machen wir hier einfach erstmal so öb k n 8 8 10 das ist noch anders ist auch nicht so ähm n mal ganz genau mal in die Höhle hallo ist hier niemand hier ist niemand das ist gut wenn hier niemand ist wenn hier niemand ist dann ist das scheiße So. Egal, können wir uns zwei Äxte machen. Dann haben wir genug. Ah. Ähm. 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 So. So. Äh. Ja, genau.